Eklei Fratzis und Bekürbe zu einer neuen Runde Minekraft, Varro. Ähm, das ist ja wieder hier der zweite Teil von der Aufnahmesession. Es sind ein paar Leute sogar noch drauf, beziehungsweise es sind immer noch die gleichen Leute drauf, beziehungsweise es sind mehr Leute geworden, sogar Atom und PainfulZeph sind drauf. Haben sie auch ordentlich geschrieben in der Gruppe und ja. Ich hab die Gruppe die ganze Zeit offen, damit ich ab und zu irgendwelche Änderungen sehen kann, die die Menschen hier machen, die das Ganze veranstalten. Ja, und deswegen würde ich jetzt einfach sagen, gehe ich in drei Sekunden rauf oder keine Ahnung, ich gehe einfach rauf. Tralalala. So, und jetzt sind wir wieder drauf. Wir sind ja letztes Mal stehen geblieben mit, ähm, Was Burnt Alive? Da ist einer raus! Was? Lol. Da ist einfach einer gerade gestorben. Ich weiß, können wir kommen auch drauf gelten lassen. Ne, ich auch nicht. Aber ich hab ja geschrieben, alles ordnungsgemäß geschrieben, also bei mir ist alles okay. So, wir müssen uns auf der Suche weiter nach Lapis machen. Und danach müssen wir irgendwie wieder an die Oberfläche kommen, damit wir, ähm, schnellstmöglich, ähm, verzaubern können. Damit wir den anderen nicht so hinterherhängen. Und am besten wäre noch, ähm, dass wir Diamanten finden. Das wäre am besten. Ähm, hallo Lava. Ich hoffe, dir geht's gut. So, ähm, Da kriegen schon welche wieder Strikes hier. Welche Hörb... Da ist ne Mine. Da ist ne Mine einfach. Oh Gott. Ist hier irgendwas überhaupt? So, wieder hoch. Hier ist einfach ne Mine. Das ist ja toll. Das gefällt mir, wenn hier ne Mine ist. So, bitte nicht sterben. Hallo? Ganz ruhig. Ich schreibe mir jetzt da die ganze Zeit, Hallo, ganz ruhig hier. So, und dann haben wir das auch. Wie tief bin ich denn jetzt? Ich bin auf Höhe 27. Gut, okay, das geht ja eigentlich noch. Hey, Creeper. Oh Gott. Ich hab immer Angst, wenn Creepers explodieren. Dass ich denn auch sterbe. Das wär schön, wenn ich das nicht werde. Würde. Gut, aber hier ist ein riesig, ein ellenlanger Gang. Und deswegen... Geh ich doch einfach mal gucken, was hier so drin ist. Ob ich Lapis oder so finde. Ich weiß jetzt nicht, wann die Lapis-Höhe ist. Aber... Hier ist Gold. Gold nehm ich auch mit für Gold-Äpfel immer noch. Und dann haben wir jetzt nämlich acht Gold schon wieder. Dann können wir uns nämlich noch jetzt einen... Ähm... Fünften Gold-Äpfel machen. Das wär toll. So, auch mal hier, hier. So. Ähm, ich hoffe, ich finde Kisten oder so. Oder so ne Lohrin gibt es ja. Dass man die findet. Hier ist so ein endlose Creeper. So geht's dir gut. Bitte gerne Erfahrung. Dankeschön. Hier sind Zombies irgendwo. Hier ist noch ein Creeper. Ja, es geht eigentlich im Prinzip jetzt nur darum, erstmal, ähm... Irgendwie Dings zu... Oh, gut, meine Rüstung fehlt noch. Es geht eigentlich für mich jetzt im Prinzip darum, dass ich, ähm, entweder eine Kiste finde. Hm. Wo, ähm, Sachen drin sind. Hier ist ein Enderman. Hier ist ein Enderman. Am besten ihm nicht in die... Okay, gut. Ah, schade. Der hat leider nicht so viel gebracht. Sonst hätte ich noch ne Ender-Perle. Weil ich habe eine Ender-Perle. Ich habe keine. Ich hab doch ne Ender-Perle irgendwo herbekommen. Mach ich die nicht mehr? Gott, ist hier viel. Creeper, explodier mal. Äh. Das war jetzt knapp. So, ähm... Noch mehr Zombies, die noch ein bisschen Ärger machen. Oh, oh Gott. Ja, ja, das tut mir alle. Mach mal da weiter noch ein bisschen Party. Warte, hier unten können Diamanten-Löße sein. Ich geh gleich so, wie ich geh ins Söhn-System. Ich will nur kurz die Höhle hier abchecken, ob hier unten überall ist. Ich glaube ja nicht, aber naja, gut. Zombie, geh doch weg. Zombie, geh weg. Oh, cool. Noch mehr? Oh Gott, ich muss diesen Fluss hier stoppen. Da will irgendeiner was von mir. Darf ich mal helfen? Okay, er will irgendwas von mir. Oh, cool, mit ner Fackel in den Zombie erschlagen. Nicht in die Lava schlagen, bitte. Danke. Noch mehr? Ich bin grad an Dias vorbeigerandt. Hä? Was lagerst du? Hä? Ist Atom auch tot? Bitte? Ich bin an Dias vorbe... Hä? Bin ich blöd? Er sagt mir jetzt, dass wir Dias sind. Aber wo sind denn Dias, bitte? Hä? Ich weiß überhaupt gar nicht. Hier sind gar keine Dias. Also ich sehe keine. Zumindest sehe ich jetzt keiner, hä? Hm. Ich sehe keine Dias. Ist das jetzt ein bisschen doof? Naja gut, ähm... Die waren da nicht. Hä? Ich bin an Dias vorbeiger. Hier ist Gold. Warte mal, Moment. Welche Cards der spawnen? Da wollen welche zum Portal gehen. Ähm, Momentchen. Ich will mal einmal hier durch. Hä? Wo sind denn hier Dias? Ich sehe keine. Ähm, ich will jetzt als allererstes mal hier, ähm... Die ganze Lava irgendwie weg haben. Irgendwie stört mich die Lava gerade ein bisschen. Irgendwie bringt das auch irgendwie nicht so viel. Warte. Moment, ich mach mal... Versuch mal die Lava zuzumachen. Irgendwie stört mich die Lava ein bisschen. Na, mal gucken. Vielleicht finde ich die Dias, ne? So gut, dann machen wir mal hier die Lava hier zu. So, und dann passt das nämlich auch wunderbar. Dann habe ich nämlich noch mehr Gold. Was ist denn jetzt so viel Lava, äh, so viel Wasser? Ich meine, Wasser in allen Ehren, aber wo... Wo kommt das her? Also Moment, ich baue das einfach hier unten zu. Vorjungen, geh weg. Ich stückte jetzt an Lava. Boah, Junge, wieder weg. Ey, wo kommen denn die ganzen Viecher her? Ja, hier ist noch ein Skelett hier. Moment, hol mal her hier. Du wirst jetzt Brachia entfernt. Wo kommt das denn her hier? Ist ja irgendwie gar nicht näher. Ich weiß nicht. Was? Hä, wieso... Willst du mich verarschen? Ja, das ist jetzt schön und gut. Jetzt bin ich vergiftet. Dankeschön. Ach man, warum tpst du mich denn da rinnen? Das ist jetzt ein bisschen scheiße, weil jetzt bin ich hier quasi gefangen. Das ist scheiße. Ja, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich komplett hier gedingst. Jetzt habe ich wieder ein halbes Herz, nur weil, ähm, gedingst. Aber wenigstens sieht der Diamanten, das ist auch gut. Gut, ähm, dann muss jetzt wieder einer runter und der andere muss auch runter. Ich war da ganz kurz, weil ich regeneriert habe. Das sollte nicht lange dauern. Da hat mein Handy irgendwie ein bisschen Geräusch. So, ich bin gleich wieder voll. Oh, jetzt sind die ganzen Typen da weg. Also jetzt bin ich quasi nur mal mit Atom und Painful Death drauf und die sollten eigentlich... Ey, die haben gar nicht geschrieben. Ich bin gleich wieder voll. Warte, Moment. Ich kann mal hier so ein ganz kleines bisschen hier schon mal... Ein bisschen schon mal rausgehen hier. So, ähm, wo waren jetzt die Diamanten? Hier waren die so... Ja, Moment, ich... Oh Gott, nicht du schon wieder, ey. Das ist so zum Abnerven. Ja, genau, jetzt hier noch einen Creeper schon drin machen. Ich bin gleich... Ich bin scheiße. Ja, hui. Scheiße. Nein. Scheiße. Oh Mann, was ist hier passiert? Scheiße, jetzt bin ich auch raus. Oh Mann, diese Kackhexe. Warum hat die mich vergisst und dann kommt noch so ein Scheiß-Dings hier. Oh Mann, haben sie sich fett gefeiert. Oh Mann, so ein... So eine Scheiße. Ja, jetzt bin ich doch gestorben. Jetzt bin ich wohl doch raus. Na gut, kann ich nichts ändern, Leute. Ähm. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Das ging jetzt so circa zwölf Minuten. Ich bin jetzt leider gestorben, dank diesem Kack-Creeper. Kann man nichts machen. Ich hätte wahrscheinlich einen Block hinsetzen müssen oder den töten müssen. Aber na gut. Hätte ich den wahrscheinlich nicht geschlagen und einfach nur einen Block hingesetzt. Dann hätte ich es auch geschafft, aber... Na gut. Na gut, Leute. Ähm. Wir sehen uns dann eindeutig morgen wieder bei einem neuen Dings hier. Die, ähm... Die neue Season fängt ja auch bald an und da bin ich ja auch wieder mit dem Selif dabei. Gut. Bis dann, Leute. Haut rein. Ciao. Ehm. 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 Vielen Dank.